Musik Wir feiern heute unser 150-jähriges Bestellen der Freiwilligenfeuerbahn. Zusammen mit dem 10-jährigen Bestehen unseres Traditionsvereins der Feuerabrunner. Musik Es ist ja nicht nur, dass wir 150 Jahre Freiwilligefeuerbahn feiern, sondern auch wie bei jedem Florianstag, den wir veranstalten, ist das auch die Gelegenheit für uns, den Bürgern, das Thema Feuerwehr und Ehrenamt näher zu bringen. Und vielleicht den einen oder anderen dazu gewinnen, dann doch bei uns mal noch mitzumachen. Musik 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 Musik